Kollege Schnabel hat in seiner Rede behauptet, fälschlicherweise behauptet, dass die Neos sich für zusätzliche CO2-Besteuerung von 350 Euro je Tonne CO2 einsetzen. Ich berichtige tatsächlich, es ist in unserem Programm richtigerweise enthalten, ein Preis von 350 Euro je Tonne CO2 bei gleichzeitiger Steuerreduktion, damit in Summe die Menschen in unserem Land nicht mehr belastet sind. Das hat er anscheinend vergessen zu sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in unserem Programm von der anderen Seite für sinnerfassendes Lesen einsetzen. Vielen Dank.